... entfesselst du mit nur einer Berührung, die ganze Welt der Aromen. Entdecke bis zur Nacht und an der Hohen deines Cafés. Aroma entfesselt. Siemens ECO 900 mit Barista-Mod. Siemens Hausgeräte. Unser Kaffee auf dem Markt ECO 900 Plus hat immer ein ganz einfacher Knopfdruck, den perfekt abgestimmten Kaffee für Sie. Das ist so einfach wie die Bestellung in Ihrer Lieblingskaffee war. Das ist sicherlich ein toller Komfort, denn mit dem Komfort-Modus wählt der ECO 900 Plus automatisch die optimalen Einstellungen für das gewünschte Getränk. Alternativ können Sie im Barista-Modus selbst entscheiden, wie Ihr Kaffee vorbereitet werden soll. Neben der Menge und der Stärke der Getränke lassen sich etwa die Kontaktzeit zwischen Kaffeemehl und dem Wasser sowie die Brühtemperatur für jedes Getränk einzeln einstellen. Durch das aktuelle Software-Update können sogar kalte Kaffeespezialitäten wie Cold Brew, Slow Brew und Cold Brew Macchiato zubereitet werden. Damit bietet der ECO 900 Plus mit seinen 35 verschiedenen Getränken die größte Kaffeevielfalt, die Siemens je hatte. Und wissen Sie, was besonders einfach ist? Er reinigt den Kalk vollkommen automatisch. Und dafür sucht er sich noch Zeit raus, zu denen es wirklich nicht benutzt wird. Schließlich ist nichts ärgerlicher, als auf das Ende der Entkalkungsprozedur warten zu müssen, wenn man gerade dringend einen Koffeinschuh braucht. Bleiben wir beim Thema Bedienung.